Ampelmännchen isst man nicht, heißt ein neues integratives Theaterprojekt einer Kleingruppe theaterbegeisterter Menschen mit und ohne Behinderung, die Lust am Spiel und gemeinsamen Aktionen haben. Unter dem Motto ein wirklich verrückter Theaterabend wird sich zu einigen interessanten Fragen gewidmet. Was ist verrückt? Was ist normal? Wie kann ich Normen mit erhobenen Blick brechen? Wie gehe ich mit Ausgrenzung um? Immer wieder gibt es Leute, die andere verrückt nennen oder Leute, die sich für verrückt halten oder sich brüsten, verrückt zu sein. Es gibt so viele Facetten, so viele Möglichkeiten, wie es unterschiedliche Menschen gibt. Die Darsteller, selbst Verrückte oder für verrückt erklärte, suchen nach der alltäglichen Verrücktheit. Dazu ist das Mitteltheater genau recht. Der Abend führt in ihrer Gedankenwelt zum Thema. Nach dem Genuss des Theaterstückes gibt es Antworten wie Fragen und vielleicht auch Gedankenblitze. Die Gruppe freut sich auf einen theatralen Gedankenaustausch mit den Zuschauern. Normalen und allen, die verrückt genug sind, sich auf dieses Thema einzulassen. Mein Name ist Tefe, Tefe Maria, 30 Jahre alt, Radrennsportlerin. Und ich liebe mein Fahrrad. Ingeborg Schildirektor. Ingeborg Schildirektor. Pensioniert natürlich. Und ich liebe Yoga. Ich bin allein, single, weil ich meinen Fernseher nicht zersägen möchte. in der acknowledge und habe mich angered. Guten Morgen, liebe Sonne. Guten Morgen, liebe Bäume. Ich möchte eigentlich bei dir sein. Echt? Ich will dich doch auch nicht mehr lassen. Wie konnte ich nur die ganze Zeit ohne dich sein? Die überwältigend gute Resonanz auf erste kleine Auftritte ermutigte die bunte Truppe mit finanzieller Unterstützung der Aktion Mensch und unter Anleitung der erfahrenen Regisseurin Kerstin Reichelt, ein abendfüllendes Programm zu erarbeiten, um damit ein größeres Publikum zu erreichen. Monate spannender Theaterarbeit liegen hinter den Darstellern, voller Auseinandersetzung mit sich selbst und der Gruppe, eine Menge Spaß und Spiel und Stolz auf das Erreichte. Premiere ist am 6. Dezember 19 Uhr. Zwei weitere Vorstellungen sind am 7. Dezember um 19 Uhr und am 9. Dezember um 11 Uhr. Karten gibt es bereits für 9 Euro oder in ermäßigter Form ab 3 Euro. Vielen Dank. Vielen Dank.